Vor euch den Mälchen für das Erste. Tim, Allah. Jäcke-Stimmung in Aachen. Wie hier in Burtscheidt haben am Donnerstag die Weiber den Startschuss des Straßenkarnevals gefeiert. Die Ösche Originale Josef, Jupp und Jüppchen durften da nicht fehlen. Nach ihren zahlreichen Auftritten in den letzten Wochen freuten sich die drei aber auch auf eine Pause im Bühnenmarathon. Jetzt geht es erstmal zur Tropicade, das ist ja unser Heimatverein. Und dann haben wir Schluss, wir wollen auch nicht mehr. Wir wollen uns ja auch schließlich noch ein bisschen selbst amüsieren. So wie die hunderten Jecken auf dem Burtscheider Markt. Der Platz ist jedes Jahr ein Magnet für Karneval-Fans aus der Region. Es ist einfach schön Straßenkarneval, macht Spaß, wir sind immer unter uns, ist schön. Weniger schön war das Wetter. Dicke Schneeflocken und eisige Temperaturen verlangten den Kostümierten einiges ab. Die Öschermetscher ließen sich dadurch die Laune am Feiern jedoch nicht verderben. Kann man nichts dran machen, das ist so. Wir machen das Beste raus, kein Problem. Der Schwetter ist super, das Konfetti vom Himmel, sage ich, ne? Ja. Das haben wir in den 14 Jahren immer mal mitgemacht. Schnee, Regen, wir sind immer hier. Wetter kann uns nicht aufhalten. Heute gibt es wenigstens kein eingefrorenes Bier. Das finde ich toll. Gegen eingefrorene Füße hatte die Aachener Truppi Garde das passende Rezept. Auf dem Münsterplatz hielt die Truppe alle Jecken bei Laune. Also wir bleiben schon noch ein paar Stunden. Mal gucken, wenn einer einen auszieht, bleibt man vielleicht was länger. Na, na, na!